Als der Sandmann seinen fürchterlichen Staub in den Raum bläst, steht Michael in der Dunkelheit auf. Er hat gelernt, dass es sinnlos ist, die Luft anzuhalten. Denn wenn der Sandmann will, dass die Kinder schlafen, dann schlummern sie ein. Michaels Lieder werden immer schwerer. Jetzt schaukelt die ganze Familie auf der Hollywood-Schaukel. Wir schaukeln hoch und Mama versucht zu bremsen. Aber Papa gibt der Schaukel noch mehr Schwung. Obwohl er bis zuletzt dagegen ankämpft, fallen Michaels Augen zu. Als er in die Finsternis entgleitet, hört er im selben Moment, dass der Sandmann in den Raum tapst und mit seinen mehligen Füßen die Wand bis zur Decke hochschleicht. Er bleibt stehen, streckt seine Arme zu ihm herunter und versucht, ihn mit Fingerspitzen aus Porzellan zu erreichen. Als Michael erwacht, ist sein Mund wie ausgedörrt. Seine Augen sind verklebt von altem Sand. Er ist so müde, dass sein Gehirn versucht, wieder einzuschlafen, aber ein kleiner Funke in seinem Bewusstsein registriert, dass es etwas gibt, was sich grundlegend verändert hat. Er setzt sich in der Dunkelheit auf und hört an der Akustik, dass er sich in einem anderen, einem größeren Raum befindet. Er ist nicht mehr in der Kapsel. Vorsichtig kriecht er über den Boden und erreicht eine Wand. Seine Gedanken drehen sich im Kreis. Er richtet sich auf zitternden Beinen auf, folgt der Wand und erreicht eine Platte aus Metall. Er begreift, dass es sich um eine Tür handelt und findet die Klinke. Seine Hände zittern. Es ist vollkommen still im Raum. Vorsichtig drückt er die Klinke herunter und ist so darauf eingestellt, dass er Widerstand spürt, dass er beinahe stürzt, als die Tür einfach nachgibt. Er macht einen großen Schritt, steht in einem helleren Raum und muss für einen Moment die Augen schließen. Er blinzelt, sieht, dass er sich in einem Korridor befindet und geht ihn hinab. Sein Herz rast so sehr, dass es ihm fast den Atem verschlägt. Er versucht, leise zu sein, wimmert aber trotzdem vor Angst. Der Sandmann wird bald zurückkommen. Er vergisst seine Kinder nicht. Michael kann die Augen nicht richtig öffnen, geht aber dennoch auf das Licht vor ihm zu. Es kommt von einer Glasscheibe in einer Tür. Er drückt die Klinke herunter, aber die Tür ist abgeschlossen. Der Schriftsteller Reida Frost leert sein Weinglas und stellt es auf den Esstisch. Veronika kommt ihm mit einem Sektglas in der Hand entgegen. In ihren dunklen, betrunkenen Augen liegt ein warmer Glanz. Veronika Klimt ist Reidas Literaturagentin. In den vergangenen 13 Jahren hat er zwar keine Zeile mehr geschrieben, aber die drei Bücher, die er damals verfasst hatte, bringen ihm immer noch Geld ein. Aus dem Esszimmer dringt Musik zu ihnen herauf. Der schnelle Bassrhythmus lässt die Grundmauern des Gutshauses erzittern. Dein Mann hat mich angerufen, sagt Reida. Er findet, dass du langsam nach Hause kommen solltest. Ich will nicht, ich will mich scheiden lassen und das darfst du nicht, unterbricht er sie. Warum sagst du das? Weil du nicht glauben sollst, dass mir etwas an dir liegt, antwortet er. Das tue ich auch nicht. Er schließt die Augen und spürt das Schwindelgefühl seines Rauschs. Du sahst traurig aus und da habe ich mir Sorgen gemacht. Mir geht es prächtig, widerspricht er ihr. Lachen ertönt und die Tanzmusik wird so laut gestellt, dass man die Vibrationen im Boden an den Füßen spürt. Deine Gäste scheinen dich allmählich zu vermissen. Dann wollen wir mal hinuntergehen und diesen Laden auf den Kopf stellen, erwidert er lächelnd und macht sich auf den Weg. Seit sieben Jahren sorgt Reida Frost dafür, praktisch rund um die Uhr Menschen um sich zu haben. Manchmal feiert er auf seinem Gut große Feste, manchmal lädt er zu intimeren Essen ein. An gewissen Tagen, wenn eins seiner Kinder Geburtstag hat, fällt es ihm extrem schwer, weiterzuleben. Und er weiß genau, dass ihn Einsamkeit und Stille ohne die Gesellschaft von Menschen schnell besiegen würden. Das Feuer im Kamin ist erloschen, als Reida auf der Couch erwacht. Seine Augen brennen und er denkt an die Geschichten seiner Frau über den Sandmann, der den Kindern Sand in die Augen streut. Verdammt, flüstert Reida, setzt sich auf und sieht, dass Veronika zusammengekaut auf dem Boden vor dem Kamin liegt. Sie hat die Tischdecke um sich geschlungen. Im Wald hört man irgendwo die bellenden Laute eines flüchtenden Rees. Das Fest im Erdgeschoss geht weiter, aber es ist nicht mehr ganz so laut wie noch vor Stunden. Reida greift nach der halbvollen Weinflasche und verlässt torkelnd den Raum. Als er die Eichentreppe zu seinem Schlafzimmer hochsteigt, pochen seine Schläfen. Er bleibt auf dem Treppenabsatz stehen, seufzt und kehrt wieder um. Behutsam trägt er Veronika auf die Couch und deckt sie zu. Reida Frost ist 62 Jahre alt und der Autor von drei Weltbestsellern der sogenannten Sanktum-Reihe. Acht Jahre zuvor verließ er sein Haus in Tyresö, nachdem er das Gut Rockstar erworben hatte. 200 Hektar Wald, Felder, Ställe und eine Pferdekoppel, auf der er gelegentlich seine fünf Pferde trainiert. Vor 13 Jahren wurde Reida Frost auf eine Art einsam, wie man sie seinem schlimmsten Feind nicht wünscht. Sein Sohn und seine Tochter verschwanden eines Abends spurlos, als sie sich aus dem Haus geschlichen hatten, um sich mit einem Freund zu treffen. Die Fahrräder von Michael und Felicia wurden in der Nähe von Bartholmen gefunden. Außer einem Kommissar mit finnischem Akzent gingen damals alle davon aus, dass die Kinder in der Bucht Ersterwiken ertrunken waren. Die Polizei stellte die Suche schließlich ein, obwohl die Leichen der beiden nie gefunden wurden. Reidas Ehefrau Rosiana ertrug ihn und ihre eigene Trauer nicht. Nur zwei Monate nach ihrer Trennung wurde sie in einem Pariser Hotel in der Badewanne gefunden. Sie hatte Selbstmord begangen. Auf dem Fußboden lag eine Zeichnung, die Felicia als Muttertagsgeschenk für sie gemacht hatte. Die Kinder wurden für tot erklärt. Ihre Namen stehen auf dem Stein eines Grabs, das Reida nur selten besucht. Als die Todeserklärung rechtskräftig wurde, lud er seine Freunde noch am selben Tag zu einem Fest ein, das er seither am Leben erhält wie ein Feuer, das man besser nicht ausgehen lässt. Ein Güterzug schießt durch die nächtliche Winterlandschaft. Im Führerstand sitzt Lokomotivführer Erik Jonssen. Der Lärm aus dem Maschinenraum und von den Gleisen ist rhythmisch und monoton. Im Lichttunnel der beiden Scheinwerfer scheint der Schnee auf ihn zuzustürzen. Der Rest ist Dunkelheit. Als der Zug sich der langen Igelstarbrücke nähert, wirbelt Schnee im Scheinwerferlicht im Kreis, sodass man beinahe das Gefühl dafür verliert, wo oben und unten ist. Die Lokomotive ist bereits mitten auf der Brücke, hoch über dem Eis der Halsfjärden, als Erik Jonssen in Dunst einen zitternden Schatten erblickt. Auf dem Gleis ist ein Mensch. Erik hupt kräftig und sieht, wie die Gestalt einen großen Schritt nach rechts auf die zweite Trasse macht. Die Lokomotive nähert sich ihm mit hoher Geschwindigkeit. Für eine halbe Sekunde befindet sich der Mann im Lichtkegel der Scheinwerfer. Er blinzelt. Ein junger Mann mit einem toten Gesicht. Die Kleider schlottern an seinem schlanken Leib und dann ist er fort. Erik ist sich nicht bewusst, dass er die Bremse betätigt hat und der ganze Zug langsamer wird. Es donnert und quietscht metallisch und er weiß nicht, ob er den jungen Mann nun angefahren hat oder nicht. Er zittert und ruft die Notrufzentrale an. Nur neun Minuten später fährt der erste Streifenwagen mit Blaulicht vom Nüchöpingswegen ab und nimmt die schmale Schotterpiste neben der Südgartharm. Die Straße führt in Serpentin steil aufwärts. Die Polizisten steigen am Brückenkopf aus dem Auto und gehen mit eingeschalteten Taschenlappen auf die Gleise hinaus. Jemand ist ganz offensichtlich vor ihnen parallel zum rechten Gleis gegangen. Im Licht der Taschenlampen sind fast verwischte Fußspuren zu sehen. Erst jetzt erreicht ein zweiter Streifenwagen den mehr als zwei Kilometer entfernten Brückenkopf auf der anderen Seite. Es poltert unter den Reifen, als Polizeimeister Yashi Mohamed parallel zur Eisenbahnlinie fährt. Sein Kollege Frederik Moskin hat gerade Funkkontakt mit den Kollegen auf der Brücke hergestellt. Der Wind fährt ins Mikrofon, die Stimme des Beamten ist nur schwer zu verstehen. Frederik beendet das Gespräch und starrt ins Leere. Was ist los? Erkundigt sich Yashim. Er scheint auf dem Weg zu unserer Seite zu sein. Dann wollen wir mal nachsehen, meint Yashim und öffnet die Autotür. Der Schnee ist nicht verharscht, sodass er bis zu den Knien einsinkt. Er hakt die Taschenlampe los und leuchtet die beiden Gleise ab. Es gibt keine Fußspuren im Schnee. Der Mann befindet sich entweder noch auf der Brücke oder er ist gesprungen. Frederik versucht Kontakt zu den Kollegen zu bekommen, aber in seinem Funkgerät rauscht es nur. Vorsichtig bewegen sie sich auf die Brücke hinaus. Frederik geht mit einer Taschenlampe in der Hand hinter Yashim. Als sie sich über dem Wasser befinden, weht vom Meer ein kräftiger Wind. Schnee wird ihnen in die Augen geweht und ihre Wangen werden von der Kälte ganz taub. Yashim sucht mit zusammengekniffenen Augen die Brücke ab. Sie verschwindet in wirbelnder Dunkelheit. Plötzlich fällt ihm am Rand des Lichtkegels seiner Lampe etwas auf. Auf dem Gleis kriecht ein Mensch auf ihn zu. Die Gestalt richtet sich auf und wankt. Es ist ein junger Mann. Er starrt die Polizisten mit leerem Blick an. Er taumelt. Das Atmen scheint ihm schwer zu fallen. Meine andere Hälfte ist noch unter der Erde, sagt er keuchend. Sind sie verletzt? Der junge Mann hustet und fällt wieder auf die Knie. Ich weiß nicht. Ich spüre nichts. Ich... Kommen Sie bitte mit. Yashim hilft dem Mann auf die Beine und sieht dabei, dass seine rechte Hand von rotem Eis bedeckt ist. Ich bin nur halb. Und der Sandmann hat... Er hat die andere Hälfte. Der Sandmann hat... Er hat die andere Hälfte. Ich bin nur halb. Und der Schuld... Er hat die andere Hälfte.